Und damit willkommen zurück zu Gommand and Conquer 3 Tiberium Wars in der Nordkampagne. Ich bin so froh, dass ich die Outback Mission geschafft habe. Die war einfach nur... Oh nein! Wenn ihr so verpasst habt, guckt letzte Folge nach. Viel Spaß damit. So, die Stadtmahl von Sydney. Schließen sie mit der GDI ein Bündnis gegen die Invasoren und stehlen sie die Aurora Startcodes und Triggersysteme der GDI. Ich glaub's nicht, was sie getan haben. Und ich glaube es einfach nicht, dass sie meine Entscheidung anzweifeln. Sie hat uns verraten, ich wusste es. Ich habe niemanden verraten, ich habe die Bruderschaft gerettet, die Invasoren waren zu zahlreich und zu stark. Die GDI-Truppen sind genauso chancenlos wie wir. Wir sollten uns das endlich eingestehen. Ich hatte keine Wahl, als mit einem verzweifelten GDI-Commander zu paktieren. Wir verteidigen mit ihnen ihre Basis in Sydney. Wie kann sie der GDI nur trauen? Wenn diese Basis fällt, rechne ich mit einem Truppenabzug der GDI. Und wir können mit unseren derzeitigen Mitteln das Land nicht halten. Es ist in unserem Interesse, die... Das ist Verrat! Cain verhandelt nicht mit der GDI! Cain ist tot. Das ist doch genau das, was sie wollten, oder? Was ich will, ist ein funktionierendes Arsenal von einsatzbereiten Aurora-Waffen. Und während Nord bei der Verteidigung der GDI-Basis hilft, stehlen wir ihnen die benötigten Startcodes für die Gefechtsköpfe, die wir ja schon erbeutet haben. Hören Sie, Commander, eine formelle Allianz mit der GDI ist unorthodox, ich weiß. Aber zur Zeit sind die Invasoren viel gefährlicher als die GDI und ich bin davon überzeugt, dass Raketen die einzige Möglichkeit sind, sie abzuwehren. Alles hängt von Ihnen ab, Commander. Okay. Ihr Plan ist also nicht total verrückt. Wer soll das nur begreifen? Wir verteidigen eine verfluchte GDI-Stadt gegen die Aliens. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Schlimmer geht's nicht. Okay. Ich denke, der Plan ist, wir helfen der GDI gegen die Invasoren und besorgen uns die Aurora-Waffen-Startcodes. Und dann jagen wir die GDI zur Hölle, nachdem wir die Aliens erledigt haben, die aber doch auf unserer Seite stehen. Macht das Sinn? Natürlich nicht. Weiber. Schön. Nach der Sicherstellung der Gefäßköpfe braucht die Bruderschaft nur noch die dazugehörigen Startcodes und Trägersysteme. Alles, was wir brauchen, finden wir in der blauen Zone Sydney, die derzeit unter schweren Alienbeschuss steht. Da die GDI mit dem Rücken zur Wand steht, hat Killian dem örtlichen GDI-Commander ihre Hilfe angeboten. Und die GDI hat akzeptiert. Wir haben uns verpflichtet, das Portal, den Gravitationsstabilisator und die Warps-Sphäre der Aliens zu zerstören, um das Blatt zugunsten der GDI zu wenden. Inoffiziell sorgen wir dafür, dass der Gravitationsstabilisator nicht allzu schnell zerstört wird. Das Primärziel der Bruderschaft ist eine GDI-Einrichtung in Sydney, die uns zu den Codes und den Trägersystemen führen wird. Das Gebäude befindet sich in Sydney selbst, aber für die Devastator-Schlachtschiffe der Aliens in die Mauern der Stadt kein Problem. Blaue Zone, sehr schön. Wird schon schief, genau. Einfach nur schief, genau. Oh, ich brauche noch ein paar mehr. Seien Sie beim Ausbau der Stützpunkts vorsichtig. Alle Gebiete jenseits unserer Ausgangsposition sind unsicher. Na, es wird schon schief gehen. Ganz, ganz dezent. Das ist ein bisschen teurer, der Anfang, aber was soll's. Einer da oben hin. Einer da hin. Einer da hin. Gott, die werden noch dezent überrannt. Verdammt. Die tun nicht weh. Tiberium will erst ungemessen. Gebiet wird gesichert. Besetzt es. Oh, nö, 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 nö. Schmerzhaft. Die Auserwählten. Sie werden uns forchten. Eine Mission. Sie werden uns forchten. Schießt auf alles, was sich bewegt. Auf die Beine. Kampfgruppe. Such eine gute Position. Warten wir da drin. Wir kämpfen für Nass. Oh, ist schon kaputt. Sie werden uns forchten. Wieder rein. Ich bin bereit. Sieht sicher aus. Vorsicht. Keine Gnade. Äh. Carry all Einsatzbereit. Absetzen. Einheit verloben. Einheit befördert. Carry all. Einheit wird angegriffen. Carry all Einsatzbereit. Absetzen. Ausbildung. Vertrauen Sie mir. Ich kann helfen selbst. Nein. Ne, ich glaube, ich muss nicht neu starten. Das hat links da schon echt scheiße angefangen. Hm. Gut. Oh Gott. Ja. Ja, ja. Zum Beispiel ist man nicht da rum. Das linke Feld, oder? Das hat mich trotzdem definitiv umgehen. Seien Sie beim Ausbau der Stützpunkte vorsichtig. Alle Gebiete jenseits unserer Ausgangsposition sind unsicher. Ja. Aufpassen. Der Allianz mit der GDI. Ha. So was hätte Kayn nie zugelassen. Verliegen Sie verhandeln mit diesem verdammten Narren, anstatt sie einfach zu neutralisieren. Alles klar. Zack. Zack. Luft da oben. Jetzt wird geerntet. Einfach wesentlich weiter weg als vorher. Dann versuchen wir ein bisschen Verteidigung aufzubauen. Bau abgeschlossen. Bau. Nur ein bisschen. Bau abgeschlossen. Bau. Ja, zack. Da kommen sie schon. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Shadow Team. Unterstützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Ja, er schafft es auch. Abgebrochen. Baut. Feindliche Einheiten in Sicht. Ausbildung. Wir sind aus 1, 2, 3, 6, 7, 3. Die Bruderschaft vertraut. Transport. Verstanden. Wir bringen euch hier. Ah, sie sind unerbittlich. Bringen wir es hinter uns. Die Bruderschaft vertraut mir. Kann ich irgendwie helfen? Ich kann helfen. Carryall, Einsatzbereit. Einsatzziel erreichen. Was gibt es? Es wird ihn ein. Und den anderen da auch. Was brauchen Sie? Gut, du schaffst es aber jetzt ohne, dass die hier ein Problem werden. Ziel wählen. Gebäude besetzt. Bonus Ziel erreicht. Super. Baut. Ausbildung. Na dann. Ausbildung. Einheit geborgen. Komm zurück. Machen wir uns an die Arbeit. Und die kriegt nämlich auch noch. Einheit geborgen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ungeeigneter Bauplatz. Avatar bereit. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Bau abgeschlossen. Nope. Hör auf. Literatur. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Einheit wird angegriffen. Wir haben ja keine. Überfallt sie. Wir warten doch. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Avatar bereit. Schmerz. Schmerzhaft. 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 Steuerung aktiv. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Bau unterbrochen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn im Gleiter abheben. Aber immer sehr, sehr stark von denen. Wo fahren die denn hin? Der Basis ist hier oben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Hier kriegt jemand auch ganze Zeit Geld. Was geht? Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wie ist er mich? Ja gut. Ich fahrt wieder zurück. Ich könnte mir auch das Ion Control Zentrum glaube ich holen. Und noch eine Sache. Ich weiß nicht ob es das wert ist vom Geld her. Mal gucken wir doch mal. Ich weiß nicht ob ich da was mit. Ich die einnehmen kann. Das Kapitel konnte ich auch einnehmen. Gucken wir doch einfach mal. Wird schon schief gehen. Mittelfekt. Avatar zerstören. Sammler wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Oh ich brauche nur. In Wartestellung. Ganz leise. Nein das ist der S-Panzer. Ja. Waffen initialisiert. Initialisiert. Strahlenkanone initialisiert. Initialisiert. Ich warte. Betriebsbereit. Initialisiert. Betriebsbereit. Ich kann leider Sachen nicht doppelt aufnehmen. Also von daher. Kann ich auch ruhig. Immer so machen. Wenn nur der der noch nichts hat. Nimmt sich das eh dann auch. Feurige Zerstörung. Sehr schön. Vorsicht. Kann ich irgendwie Handeln helfen? Der Beude besetzt. Sehr schön. Feurige Zerstörung. Initialisiert. Interessant. Ich könnte das so zu beholen. Eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ziel wählen. Feurige Zerstörung. Betriebsbereit. Und ich mit denen die Gebäude immer jeweils besetze. Unsere Befehle. Einheit verloben. Achso ja stimmt. Ich kann mit denen die Gebäude nicht besetzen. Aber never mind. Feurige Zerstörung. Naja. Trotzdem. Jetzt sind wir die mal rot. Nicht nur blau. Oder orange. Oh. Ganz dickes Ohrige Zerstörung. Schmerzen. Interessant. Haben wir jetzt. Alle am Flammweifer? Oh. Habe ich es nicht erwarten. Oh mein Gott. Was ist denn da oben? Los. Ausbildung. Betriebsbereit. Das sieht mir schmerzhaft aus. Sehr schmerzhaft. Ultraschmerzhaft. Das wird angegriffen. Initialisiert. Was gibt's? Wenn im Gleiterbereich zum Arquemen. Na klar. Räumen wir auf. Einheit verrufen. Sie können nirgendwohin. Wenn im Gleiterbereich zum Arquemen. Darf ich mir. Vorwärts. Wir nicht. Volle Energie. Räume sich frei. Noch mal. Laser. Äh. Flammweifer. Danke. Komm mal zurück. Nein. Ich habe einen verloren. Einen. Ausbildung. Ich werde im Gleiter bereit zum Arquemen. Eliminieren. Roger. Die Dachshut. Ich brauche den mal wieder. Einheit wird angegriffen. Wenn im Gleiter bereit zum Arquemen. Bitte. Danke. Wenn im Gleiter bereit zum Arquemen. Wird angegriffen. Okay. Hoffentlich sind auch. 1, 2, 3, 4. Du wartest bei uns. Du wartest bei uns. Zurück. So. Und du. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Wenn im Gleiter bereit zum Arquemen. Avatar, betriebsbereit. Wettet repariert. Aufgrund durch die Flammen haben sie jetzt auch sehr gute Chancen gegen die kleinen Einheiten Nein, ihr habt ihn zerstört. Ich wollte ihn einnehmen. Verdammt. Oh. Ich mach das gar nicht. Jetzt sind sie dran. Ich krieg mir die Lehrer keine Schilder. Zurück. 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 Das wäre leicht. Eliminieren. Angeln. Aber nicht ohne. Rückendeckung. Wir sind hier. Unsere Befehle. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Alle sind zurück. Ich brauche Reparatur. Definitive Reparatur. Oh gut. Wir holen jetzt da oben. Ab jetzt. Waffen initialisiert. Ich warte. Wollen wir mal reparieren. Waffen initialisiert. Waffen initialisiert. Ich mach den. Wir haben sie. Ich mach den. Waffen initialisiert. Ich mach den. Und wieder zurück. Vor und zurück, vor und zurück. Vor und zurück. Kann ich mir den holen? Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Nur theoretisch. Mal gucken, ob das klappt. Die werden jetzt schön repariert. Das ist super. Na, die können ja nichts machen. Die machen nichts. Oh, da ist noch einer. Ich glaube, das ist eh zu spät jetzt. Ah, mal gucken. Mal gucken. Ah, nö, 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 nö. Vergiss das. Ja. Verstanden. Ja. Wenn im Gleiter bereit zu haben. Wir greifen an. Verstanden. Und vertreibt. Oh, nö, was ist jetzt passiert? Ich kann helfen. Und den ein. Okay. Ein halt gesorgen. Was hat die noch gerade gestrapelt gewesen? Wir greifen an. Roger. Okay. 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 Feindliche Einheiten in Sicht. Ausbildung. Verstanden. Okay. Da haben wir noch ein paar Minuten. Die Bruderschammler wird angegriffen. Die Bruderschammler wird angegriffen. Roger. Roger. Kreft. Einheit wird angegriffen. Absolut mich interessiert dort. Verstanden. Wir wollen mit einer halten. Die hat eben keine Luftanheit angreifen können. Bin gleich dort. Verstanden. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Verstanden. Da ist das super. Betriebsbereit. Brücke vor. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Wer nehme ich? Wie die eigentlich einnehmen? Die Aliens haben die Mauer zerstört. Nichts bereit. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Ich bin einfach rüber geflogen. Mann, das ist ja alles total irre. Hier ist das neue Ziel, das ich vom Zentralkommando habe. Ich lade die Koordinaten für Sie. Befehle von einer nicht identifizierten Quelle. Was ist ja los? Gleich dort. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Initialisiert. Zerstören. Sollte Einheiten in Sicht. Alles kuriere mich zielen. Da ist der Gravitationsstabisator. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Avatar. Ange. Das einnehmen, das einnehmen. Nein, ich wollte... Mh. Ich hab doch extra wieder... Ach Gott. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Ich glaube ich muss den einnehmen. Oh nein. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Avatar. Ja. Jetzt ist es zu spät. Oh, sehr gut. Es wird uns gehört. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Jetzt ist er dann viel zu spät. Dafür wurden wir ausgebildet. Haben ihn im Visier. Wer wollen wir besetzt? Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Ja. Wer fasse C. Soll die Nassen erfassen. Die Schäste im Reitenverdammt wieder aus. Einheit befürcht. Ich kann Ihnen helfen. Wenn im Gleiter bereit zu machen. Das Gateway ist zerstört. Schickt die Artillerie. Das Gateway ist zerstört. Schickt die Artillerie. Das ist hier unten einfach. Wurz wäre zerstört. Gute Arbeit. Mal gucken. Ich hab's. Okay. Ach. Scheiß drauf. Nur deswegen. Jetzt noch mal. Nee. Ach komm. Gehen wir das doch einfach. Sieht zwar jetzt nicht ganz so schön aus. Die Medaille. Aber es ist es mir jetzt nicht wert. Ne. Bin ich ehrlich. Aber gut. Ne. Das war's mit der Mission. Vielen Dank für's Sinn. Falls euch der Part gefallen hat. Lasst doch ein Like da. Und wir hören uns in der nächsten Mission wieder. Bis dann. Cheerio.